Ich bin hier mit. Ah, größtenteils fliegen da hin, ok. Die anderen, da drüben ist das Dingsteam, ok. Halt schon, muss man auf Live-Chat gehen, ich hält. Das wird das hier nötig. Uiiiiiii, Argenli, Argenflyiiiit. Ich sterbe gleich eh wieder. So, dann schreibt mir mal eine einzelne Chat, wenn ihr sagt, ich überlebe mal ein paar Runden. Oder, ob ihr sagt, ich sterbe gleich wieder. Dafür in eine, zwei Minuten. Oh, kann was nicht. Das ist immer gut. Die Qualität, ich mich gar verarschen, ich ne, nicht Qualität reicht nicht aus. Ich bin hier, ich bin hier. Position wird markiert. Gerade hab ich noch was gerade darüber erzählt, hier von wegen hier. Internet und Biberbo und jetzt kommt sie mir so. Die Ziele von der Karte, der geht in der nächsten Position. Ein paar Masken, geil. Ich halte hier noch eine Kiste. Ah, hier drüben. man ein rennen die olga die mit die habe ich hier eigentlich oder die rente hinten rum man die kasper körper dahinten bin ich doch gar nicht mir geht es doch immer der geschosse gtg gtg kommen meine tasche die gelbte kvpk 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 tkk kkkd kkdkk kkkdk ach zu wer der Zeit hier schön 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 können doch noch leute vorbereiten diese Uhrzeit ab Pester ja auch gerade geburtsdorf 10 minuten aya ok dann mal nicht gut bis die korte nene 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 ja bei dem gebiet ab auf den himmel achten das kann man nicht zulassen wo denn der sie markiert das sei jetzt schlechter scherz voll abgeschossen b überlebe dann darfst du wieder in den 1 b Prozent aber die Bluse auf die Hose wenn ein Gluten Prozent auch er war auch dründer Karpur zu kommen zurück an die Front doch wenn du verlierst Das war's dann. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Du hast noch eine Abtreibung kassiert. Zurück zur Waffe. Es ist noch nicht vorbei. Sein Ziel kann seine Freiheit erkaufen. 13er, okay. Okay. Ach ja. Ich hab grad so viel Geld schickt, ey. Verbündete Drohne in der Luft! Stöbern wir sie auf! Da kommt unsere Aufklärung! Ey, vor, da sind zwei Gegner links, aber lassen wir's mal, ne? Wird da einen? Echt's? Ah ne, ist die nicht. Das ist meine Schicksalte! Nennst Granate raus! Maskiere den Zirkum! Hä? Achtet auf den Feind! Und im Grunde sicherlich. Und im Grunde sicherlich. Ah, ich bin der einzigste Dunli wieder der Wartendorf. Die Versorgungsstation. Da haben wir mal ein bisschen snappen hier. Snapchat nicht. Doppelpunkt markiert! Oh! Doppeltest du hier! Oh! Das ist sehr gut zu dir! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ddddddddddddddddddddddddddddddd Doven in China, Estefan Blue, New York, New York City of China, New York City of China, homimidious Zoo, Westphal, New York City of China , seinem Geist, der 22 이컨 Gucci situaçãoлин Bugün��, in Japan, New York City of China, yükselie moto Baby julie das Ganze brigestys also ein großes stück so Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Die Fasen auf Eisner. Die Feind liegt bereit zu machen. Weeeeeeeee! Ah, fuhginn! Ah, fuhginn! mit und wird und Was ist das? auch aufgefasst auch gerne mal die Daten für deine Spende vielen Dank für die Spende die lieben Dank wir leben von dir wo steigend springt er da hinten ab wieder klauen vielen Dank wird ein All die lieben Dank wir leben von Dankeschön Ah perfekt keine Waffe Scheiße Schöter 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 well Schöter Schöter Abs pretended Gut unterhaltung bis auf die Zeit werden gut unterhaltung geht doch eigentlich ich habe mich daraufhin nicht mehr auf das Spiel zu konzentrieren Zocken. Ich muss dann immer auf Verlierer. Ein Teammitglied hat den Kampf verloren. Zurück. Das Gas kommt. Auftrag begonnen. Erledige es. Jetzt hätten wir den Auftrag. Vorratskiste lokalisiert. Position sichern. Ich habe eine Handfeuerwaffe markiert. Ich habe eine Handfeuerwaffe markiert. Was ist das denn für geile Dinger? Daher. Ja. In der Ruhe. Ich will die Kiste sichern. Es gibt Geld. Waffenaufstieg. Hops. Ist die Scheiße hier. Ja. Das war wirklich cool. Ja. 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 Weiß ich ja nicht. Irgendwie. Was interessiert sich denn außer das Game hier gerade. Weil ich habe ja Parkway und Landwirtschaft und so ein Kram hochgeladen. immer mal. Das sind wenigstens Teammates. Sie laufen mit einem. Und landen vor allem auch da wo ich es sage. Machen nicht nur ihren eigenen Reiter. Wie oft hat man das bei irgendwelchen Teammates. Sie dann immer wieder ihren eigenen Team machen. aus. Da ist ja auch mal welche. Neue. Ich habe dann auch mal welche. Specifically für mich. Ja. Ja. Ich werde jetzt jetzt einmal auch mal da stehen. täten ja und dann auch ja zumindest ein plan aber die preise sind momentan einfach so zum kürzen das ist sich erst mal noch nicht lohnt man muss sowieso erst ein bisschen sparen das geld fällt ja nicht vom kürzer auf vorrat bereit für die abholung sagen wir noch eine kiste damit da noch gar keins gesagt weil ich die preise abwarten will ich weiß es mir wie gesagt gerade einfach zu heftig ich gebe keine 1000 1000 damit dem ding abgestürzt ich gebe keine 1000 irgendwas euro aus nur irgendwie ein ding zu haben das mit so heftig neue sicherheitszone wird markiert dauernd ich habe mich schnell werde ich dann die Waffe auf Tüterlehrer 6 Stattentführen So, die sind da. Sehe ich denn hier keinen Gegner? Das bin ich gerade ein bisschen zu ruhig hier, muss ich ernsthaft sagen. Ich bin nicht zu ruhig. Ich bin nicht zu ruhig. Ich bin nicht zu ruhig. So, es ist jetzt gerade ein bisschen ruhig, weil ich mich ja wirklich gerade ein wenig mal konzentrieren möchte hier. Ich kann ein paar Karriere wieder wissen. Ich bin nicht zu kacken. Ich bin nicht zu ruhig. Du musst erst wirklich aktiv sein. Also aktiv in der Form von, so wie du halt kannst, aber nicht nur in Livestreams, sondern auch so generell in Videos. Ich habe jetzt gerade schon aktuell zu viele, wo halt einige der Mottstatus leider nicht so veranzt nehmen. Dein Teambegleit ist jetzt im Gulag. Wer dort überwählt, wird erneut eingesetzt. Ich bin nicht zu ruhig. also sagen wir sowieso stream technisch hier nicht so wirklich viel passiert klar kann man mal drüber quatschen kann man drüber quatschen gar keine frage aber bringt ja jetzt nichts quasi und er ja Perfekt. Ich brauche mittleres Kaliber. Ich brauche mittleres Kaliber. Ich brauche mittleres Kaliber. Ich brauche mittleren Kaliber. jünger der Volkwärter ein Klosterschlag genau nächsten Hausjünger da ist dann weil ich hier passiert dann nicht aufschließend er wird er schießt ja zwei Zuschauer nur noch hier die 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 d feindlich der Drohne ist aktiv Wer ist denn der jetzt hier? Die feuern aus allen Rohren auf uns! Der ist ein bisschen zu offensiver. Mein Name! Los! Verziehe dich! Ich weiß nicht, den Rohren stattdessen! Du bist ein wahrer Held! Ich weiß nicht, da brenn sie durch! Ich weiß nicht, da brenn sie durch! Ausfall! Ach! Von allen Ecken, ja genau! Von allen Ecken! Hä! Einfach nur Lust! Meines Klärchen weiß ich Bescheid! Dein Team darf nicht umsonst gestoppt! Natürlich wird der Boni gefallen, natürlich! Freilich! Dankeschön dir auf jeden Fall nochmal! Bam, Junge! Baut das noch nicht! Geht die hier raus! Oder nimm das Ziel an! Du hast keine Schwäche gespeichert! Bereit, falle! Das ist die neugreiche Hand! Die Todesstation wird markiert! Der Laden ist dicht! Das Kämpfen ist vorbei! Das Gas ist hier auf dem Fernseher! Noch 50. Noch 50. Noch 50.